Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Frau Steinitz, lieber Herr Stangl, liebe Frau Schwitter, lieber Herr Hansen, werte Freundinnen und Freunde der Literatur. Im Namen der Landeshauptstadt Stuttgart und persönlich heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer doch eher ungewöhnlichen Verleihung des Johann Friedrich von Kota Literatur- und Übersetzerpreises. Sie erleben mich nicht wie üblich auf der Bühne in unserem großen Sitzungssaal des Rathauses, wo die Preisverleihung eigentlich ihren Platz haben sollte, sondern digital auf ihrem Bildschirm. Und auch die zu Ehrenden und ihre Laudatorinnen sind für Sie ausschließlich im digitalen Raum sichtbar und präsent. Ja, einerseits blicke ich mit einem weinenden Auge auf den leeren Saal, wo wir die Literatur und mit ihr die beiden Preisträger feiern wollten, aber auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass wir in dieser herausfordernden Zeit dennoch einen Weg gefunden haben, diesen Preis übergeben zu können. Ich kann Ihnen versichern, dass es der Stadt Stuttgart ein großes Anliegen ist, trotz der Corona-Pandemie eine brillante Übersetzerin und einen herausragenden Autor angemessen würdigen zu können. Liebe Frau Steinitz, lieber Herr Stangl, an Sie wird zur gleichen Teil der mit 20.000 Euro dotierte 19. Johann Friedrich von Kota Literatur- und Übersetzerpreis des Jahres 2020 verlieren. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Seit dem Jahr 1978 wird der heute Kota-Preis genannte, damals als Literaturpreis der Landeshauptstadt Stuttgart aus der Taufe gehobene Literatur- und Übersetzerpreis verliehen. Er geht zu gleichen Teilen an zwei PreisträgerInnen für herausragende erzählende Literatur oder publizistische Essayistik sowie für eine herausragende Übersetzungsleistung. Die diesjährige Verleihung fällt mitten in eine äußerst schwierige und für uns alle wirklich herausfordernde Zeit. Seit Monaten lähmt die Corona-Pandemie das öffentliche Leben und schränkt damit einhergehend unser ansonsten so selbstverständliches Erleben von Kulturereignissen stark ein. Aber umso wichtiger ist es, diese Ausnahmeverleihung auch stattfinden zu lassen. Zum einen, weil das Gespräch über Literatur und mit den Literatinnen und Literaten fortgeführt werden muss. Die Kulturpolitik hat hier eine ganz besondere Verantwortung, denn seitdem viele Lesungen wegfallen, Buchmessen abgesackt werden müssen, sind Autorinnen und Autoren mehr denn je auf Unterstützung, auch in der Sichtbarmachung ihrer Arbeit angewiesen. Gerade jetzt müssen wir die großen Leuchttürme der Literatur feiern. Zum anderen bleibt das Auszeichnen wichtig, um unserer Wertschätzung und unserer Anerkennung für die wertvolle Arbeit der Literatinnen und Literaten Ausdruck verleihen zu können. Wir brauchen die Bücher und Texte, brauchen die Schreibenden. Denn jedes Schreiben und Übersetzen ist ein Eröffnen von neuen Welten, von Denkansätzen und Perspektiven, was nicht nur in diesen schwierigen Zeiten für unser gesellschaftliches Miteinander von immenser Bedeutung ist. Literatur hilft, sich zu orientieren. Literatur hilft auch über den jeweiligen persönlichen Kontext, die jeweilige historische Situation hinaus zu denken, Parallelen, Differenzen oder Zusammenhänge zu sehen. So kann das Außergewöhnliche wie auch das Alltägliche eingeordnet oder eben in neuen Kategorien verortet werden. Und genau für diesen überaus kreativen, aber auch mühevollen und bereichernden Schöpfungsakt zeichnen wir die Übersetzerin Claudia Steinitz und den Autor Thomas Stangl aus. Kompromisslos gegenüber Erzählkonventionen ist Thomas Stangls Literatur stets in Bewegung. Immer wieder spürt er verborgenes Terrain auf und legt neue Welten frei. So begründet die Jury die Entscheidung. Bei der Übersetzerin Claudia Steinitz würdigt sie ausdrücklich ihr sprachliches Einfühlungsvermögen und große Stilsicherheit, mit der sie in jedem Moment den richtigen Ton trifft und es vermag, den Texten die authentische Prägung eines zweiten Originals zu verleihen. In diesen kundigen, ebenfalls digital abrufbaren Beiträgen der Laudatorin Monique Schwitter und des Laudators Christian Hansen können Sie vernehmen, was die Jury noch dazu bewog, diesen beiden Persönlichkeiten den Cotta-Preis zu verleihen. Die richtigen Preisträgerinnen und Preisträger zu finden, erfordert eben neben emsiger Lesearbeit auch fundierte Kenntnisse und Interesse an der Gegenwartsliteratur. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich der Jury danken. In zwei Sitzungen sind für den diesjährigen Preis die Autorin Monique Schwitter, die Lektorin Juliale Schindler, der Übersetzer Christian Hansen, der Literaturkritiker Dr. Stefan Kister sowie die Mitglieder des Gemeinderates Dr. Christine Lehmann, Gunthrun Müller-Ensslin und Jürgen Sauer unter meinem Vorsitz zusammengekommen. Vielen Dank Ihnen allen für Ihren Einsatz und die bereichernde Diskussion. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine wirklich gute Wahl getroffen haben. Liebe Frau Steinitz und lieber Herr Stangel, lassen Sie mich Ihnen nochmals ganz herzlich zum Erhalt des Cotta-Preises der Landeshauptstadt Stuttgart gratulieren. Wir freuen uns über Ihre Beiträge hier auf stuttgart.de und auf Ihre zukünftigen Werke und Übersetzungen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun wünsche ich Ihnen ein anregendes Erleben der Beiträge, neue Impulse und natürlich auch immer wieder neue Ideen, welche Bücher Sie auf Ihre persönliche Leseliste setzen möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.